Es gibt natürlich auch so ein paar Leute, die erst um 2 Uhr nachts das Spiel anfangen. Da denkst du dir quasi um 2 Uhr bist du endlich alleine und denkst dir, yes, jetzt geht's los. 2 Uhr 5, lockt sich einer ein und fängt Hit and Run an. Ein Event, wo man am Wochenende Ampli stacken kann? Tja. Das wäre actually für Gala ein sehr gutes Event. Würde ja nur dafür sorgen, dass mehr Amplis verbraucht werden. Und im gleichen Zuge auch mehr Power-Ups und so. Spielersicht. Ja, manche Leute würden es wahrscheinlich feiern. Würde wohl gemischt ankommen. So viele wie man will. Dann würde es definitiv schlecht ankommen. Definitiv. Aktivierende 999 Stück fertig bist. Und wieso kannst du dir doch auf mehrere Tasten legen. Kannst du dir auf mehrere Tasten legen und dann 1, 2, 3 hämmern. Wie mit dem Feuerwerk. Oder Klavier spielen. F1 bis F9 und dann Klavier spielen. Also alle meine 125er kriegen 7% die Stunde. E-Sportler ist 127. Der kriegt wahrscheinlich 6%. Also mache ich pro Stunde so 34%. Ungefähr. Mit den Leechern. Und das ist anscheinend, dadurch, dass heute so ultra viel los ist, jetzt genauso viel wie ohne XP Event. Wenn ich Ampli benutze. Also wie erwartet hat das XP Event keinen Mehrwert. Und es hat sogar ein, es hat sogar ein, also ich habe sogar weniger davon, weil ich droppe jetzt weniger Items, weil ich ja weniger Monster töte. Und nur dadurch, dass ich mehr XP pro Mob bekomme, gleicht sich das quasi aus. Obwohl ich weniger Monster töte, dass ich trotzdem die gleiche XP mache. Aber das heißt, ich töte weniger Monster, das heißt, ich kriege weniger Pena. Das heißt, das ist schon ziemlich bad. Blade 11 mache ich doch gerade. Siehst du das nicht? Siehst du nicht, wie ich gerade mein Blade level? Bist du blind, Miss Sango? Siehst du nicht, wie ich die Äxte schwinge? Meine Güte. Ich reiße mir hier zwei Beine aus, um den Blade zu leveln. Und du disrespectest mich. So nicht. Das ist die einzige Art und Weise, wie man ein Blade in dem Game leveln kann. Fürchte ich. Sieh an, sieh an, sieh an. Kleiner, kleiner Mann. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Damn. Habe ich überhaupt noch was? Ich glaube, ich habe nichts mehr. Das war's. Ich bin leer. Geht set, mein Mann. Not bad. Geht set, sir? Nochmal der Atom, das 120er Set. Na, ist doch auch eher, ähm. Erstes Mal Max Level in Flythe. Uff. Uff. Dreimal in plus eins. Erstmal sein Set, erst mal sein Equipment exposen. Ei, ei, ei. Dreimal in plus eins auf dem Set. Das tut weh. Schöne Sache, sir. Schöne Sache. Da noch 28% der ADKs. Super rich. Yeah, that's Atom. He is rich. He is kinda rich. Wenn man mich dabei hat, bekommt man minus 30 yen wegen meiner dummen Kommentare. Sounds good. Sounds good to me. Ähm. Entweder Small Carrier Bomb oder aber, wenn du schon ein bisschen stärker bist, ähm, auch Boo. Boo. Darkon 3 Boo. Ziemlich nice eigentlich. Oh, lightning fear. Let's go. Lightning guard. Nice. He, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Verständlich. Sorry. Sorry. Runter. Okay. Hier wird scharf geschossen, Leute. Runter. Geht in Deckung. Kappa. Kappa. Das Messi-Styler schlägt wieder zu. Ich bin zwar sehr gut im Fußballer, mit Messi würde ich mich jetzt nicht vergleichen. Aber danke für das Kompliment. Dum, 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 dum. Es ist, es ist, es ist eine Lightning, what? Ne. No way. Und sie ist gedespawnt. Lol. Es war echt eine Lightning. Ich habe erst Vakuum gelesen. Welcher Larry hebt denn keine Lightning-Card 4% auf? Was laufen hier für absolute Larrys rum? Junge, 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 ey. Welcher Larry hebt denn keine Lightning-4%-Karten auf? Das ist halt legit. Das ist halt legit die beste Karte. Das ist der beste Drop, den du droppen kannst. Abgesehen von einem guten Setteil. Die Bots schon bei den Mammuts angekommen? Das habe ich noch nie gesehen. Meistens ist es immer Vakuum oder Ocean, wenn einer rumliegt. Eine 4%-Karte. L-l-l-l-l-l. Crazy. Also Montag eine andere gute Farming-Class. Elementor. Hold up. Elementor. It's a beautiful. It's a beautiful. Damn. Those are some quest items. Those are some quest items. Crazy. Hast du noch nie so viele Quests gesehen? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Ich sehe da noch Stacks, die nicht voll sind. Ja, weil sie das nicht ausgegangen ist. Fragt sich, wofür dieser Charakter da ist. Es ist schwer zu erraten. Ja, ich mache da gerne ein Geheimnis draus. Soll ja nicht jeder gleich wissen, was ich im Schilde führe, weißt du? Soll ja nicht jeder gleich wissen. Das wäre zu offensichtlich. Wirst du das erraten? Let's go, baby. Okay, looking good, looking good, looking good, looking good. Looking good, looking good, looking good. 5 ist ziemlich gut looking good 5 this girl is on fire what a cutie man what a little cutie und sitzt im knast und sitzt im knast die habe ich auch ich auch will sich irgendjemand will sie mir irgendjemand abnehmen will sie mir irgendjemand abnehmen würde ich an ihm jetzt gucken wie bin ich hier gelandet was günstiges zum fliegen nope meine flotte steht ich habe da noch golden wings wenn ich dich jetzt vor mir hätte ich würde dich richtig doll umarmen weil du so lustig bist das fahr ich bloß auf es prologue ab plus drei lightning card vier let's go dann brauchst du noch ein s projekten tender du bist verhaftet wo warst du die letzten drei wochen tamten da ich weiß genau was du getrieben hast hast wieder drogen genommen her tamten da oh man wenn ich das dem alten herrn erzähle wenn wir bier trinken gehen das kannst du gar nicht vorstellen was der mit dir ansteht tamten da oh baby stop stop halten sie an sir stop jetzt sind sie verhaftet sir das ist eine fahrzeugkontrolle damn das ist das ist crazy junge wo habe ich das stop schild her holy moly wo zum teufel habe ich das her das ist inszenen okay da ist auch nicht schlecht so lebt man effektiv in vlife what can i say man polizisten sind einfach die effizienz effizientesten menschen die es gibt so lebt swing dead baby swing dead baby w VERLEE